Und jetzt willkommen zur nächsten Folge. Wir haben jetzt die Folge versucht, diesen Verbrecher-Tonweis zu machen, aber jetzt nervt es mich. Alles nicht, lasse ich jetzt lieber. Ich mache es jetzt einfach schwer. Realistisch geht es jetzt ein bisschen zu schnell für solche Verbrecher-Tonweis. Verstanden es jetzt nicht nochmal. So machen wir jetzt einfach etwas anderes. Und zwar machen wir jetzt etwas anderes und sehen das erst etwas gewisses. Laufen jetzt mal ein paar bis nach oben. Weil das hat mich jetzt selber jetzt noch genervt gerade. Investierenden Ideen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet hart an neuen Ideen, die ihr Leben leichter, gesünder und glücklicher machen. Wir glauben, dass Innovation die Welt verändert. Wir wachsen und wollen, dass sie daran teilhaben. Gemeinsam machen wir die Welt zu einer Gemeinschaft. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Ja, die 400 Meter sind wir noch zu viel zu latschen. So. 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 Wo ist der Wettbewerb? Ah! Wettbewerb tut... Da kommt noch was... Wettbewerb tut mir da... Ich kann doch nicht... Ich will flamen... So, da ist was... So, dann haben wir was zu rappen... Alles klar? Arbeiter, wer doch. War's eigentlich. Ihre Rohre sind sauber. Oh, da danke ich Ihnen aber sehr. Gern geschehen. Es ist wunderbar, einen so fähigen Mann zu haben, der mir im Haus hilft. Hey, das ist halt mein Job, Madame. Also, kann ich sonst noch etwas tun, wo ich gerade hier bin? Na, mal den. Es gibt ein paar Dinge, an die ich da denke. Ach ja? Aber ich fürchte, da passen vielleicht Ihre Werkzeuge nicht. Hey, lassen Sie sich nicht von der Größe irritieren. Pfff, das ist ja ein bisschen gesperrt. Ja, wirklich, die Verflöße. Ihnen folgen dann halt auch. Na, das ist ja so. Das ist ja dann hier, ich passen hier jetzt nicht. Mal gucken. Es ist ein Irrer. Es ist ein Irrer. Ja, es hat die Röntgeräte von einer an den Läd. Das ist Irre. Der Röntgeräte ist dann eigentlich, der muss Irres sein. Ich muss den Parkhut rauszukommen, weil dann lieber hier im Stau war. Das ist Irre. Das ist zu den Leuten aber, was das einer hat. Das war ich nicht. Der ist schon da. Ich will jetzt meinen Job machen. Ich werde überwacht. Die haben so ein Biometriegerät. Das ist ein Konz. Oh, okay. Der Vogelshand wird schnell verdanken. Siegelt nur. Nein! Verzeihung! Ich bin nicht jeden Tag reingreppelt, eigentlich. Wieso, dass wir verzeihren? Aha, da ist die Tasche. Geld, Geld, Geld. Wett. Was soll das denn sein? Keine Info hier. So. So hier, oder? Nein, da unten. So. Gehen wir zum Geldautomaten. Ich gehe mal wieder. Wir brauchen hier ein Geldautomkonto. So. So. Ja, ein bisschen mehr Geld. 6.380. So. Ich glaube, da war es nochmal rum. Das sieht ja nicht aus in der Nähe. Ich habe einen Damsruh. Oh, gut. Das ist doch nicht ein bisschen in der Nähe. Mein Auto dahinten hat gepackt, dann stammen wir zu meinem Auto. Irgendwas steckt, machen wir jetzt noch nicht. Wir werden später auf. Und dann gehen wir dann nach CTS-Turm. Wir wollen einfach mal ein bisschen Pug oder so zusammen sammeln, dass wir ein Elektro-Stirken hier. Dass wir sozusagen... Ich weiß nicht, dass ich jetzt noch was anderes haben will, bevor wir da hinten das nehmen... ...machen. Aber der Verteilflyer will keine. Sand. Wie so selten selber ehren. Selbst... Ah, die Person sollte gefahren. Oh. Ich ne. Damit wird gepackt. Naja. Dann ziehen wir was hinten. Okay. Das sind die Handpropse. Ich hab doch die Handpropse gelassen. Sie sind natürlich nicht. Nein. In der Turutrande. Ich hab das nicht ganz gut gelegt. Ich hab auch beides. Ich fahrt auf der Bank. Wo ist die Bank hin? Ne? Reiseführer-App. Hm? Ah. Jetzt hast du das gehört. Ah ne. See? In der Luft sind jetzt was. In der Luft ist einfach nur. Das ist eigentlich das Teil noch da. In der Luft ist Campus. In der Luft ist es eigentlich nicht. Hat er sich was gleich geboten? Ah, no, center... ...ein von 100. So, ich glaub ich hab nie mehr mit den 27 Tridenten, weil der große Teil ist eh schon nicht näher an... Mal sehen, was hier hinten wurde. So, können wir nochmal nachgehen. Hier ist ein Torb. Ich denke, noch muss wieder ein Kleid halten, guck mal. Ah, den vier vollen. Ich glaub, wie viel ich will, eh, will ich einfach mal mit den Aufnahmen, darfst du dann eher sozusagen den vier vollen Teil aufnehmen? Ich meine, ich witz zwölf dann hier, es bin sonst in Summe und lass mich zwölf mal. Hallo? Das sind mit den vierten vollen Teil aufnehmen dann, weil die Pham-Geseration durch, mein vollen, ähm, hat seit jetzt zwölf mal. Und schon mal jetzt dort nicht. Was ist denn mit den CK-Puloten? Was ist denn mit den CK-Puloten? Das hat der CK-Puloten-Starm? Mache die eine zwei vollen Teil aufnehmen! So... Oh... Da war ein Lift. Kamera... Wo ich den Ton っt brauchen, wenn ich schon wollen. Ich warte ihn halt nicht... Also so... So... Da ist eine Kamera, da ist doch sicher nur hier hinten eine weisere Kamera. Hallo Kamera? Hä? Warte ich nicht zu sehen. Ah ok, jetzt. So. Soll ich jetzt mal in die Auto sehen? Man geht nicht. Antipaan zeigt, jetzt erst der Ausstand. So, cts2 freifeln. So, nächste cts2. So, was haben wir hier gesammelbares? Mhm, okay. Neues gesammelbares, okay. Ja. Aha. Komm, machen wir den an. Den erst mal hier runter mit dem Lift. Ja, wir sind noch in der Zeit. Wie fühlst du die Juden voll machen? Oder vielleicht wird gleich fertig. Ah, nein. Ich will ehrlich sagen, ich fühle mich voll machen. So. Nein, warten wir Sven. Die Kontroverse umbürgermeister. Wenn wir nur rein, wir fahren. Lass uns. So. So. Der CTOS. So. Der CTOS. Das ist schon so. Das ist schon so. Ach, was Scheiße. Das ist doch jetzt für mich sicher. Was ist denn der? Wie ist der? Wie ist der? Das war's für mich. Wie ist der? Wie schaut bitte aus? Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der mit nuclipp? Du bist doch hier vorne! Blablabla! Blablabla! Das ist schon ein Schatz! Ich bin nicht fertig! Ich bin nicht fertig! Ich bin nicht fertig! Du tanzt? Ich glaube, du sagst, du mein Zuch! Du bist der Krankheit! Ich glaube, das ist der Fall! Hä? Find das auch blöd? Es ist doch eigentlich eindeutig hier! Komm schon, komm! So, Telefon ist auf Flug-Assist hier! Weil wir wissen, die geht! Wirken auf Google, das wird! Haben die? Ich erhiel auch! Wie kann man eigentlich in dieses Overlay-Menü verdienen? Ähm... F1? Was ist denn in Tess-Informationen? Halt das hier die don'nit und das hier n'nit? Taps Lock an oder was ist das? Okay, dann müsste ich helfen. Alter, racherei! Telefon auf Kuhre ist es. Die hat eine Schwung wieder Leute. Eine Schwung zu rufen, die Person, wenn sie will. Ich bin wieder nicht bei Blumen hoch. Da, die Shell tut es noch nichts. Ich warte mal. Verruf, wer warte, wer warte. Er ist die Verruf, Hans von Bremen. Er ist printiert für den Ex-Port. So, wie folgt ihr nochmal? Ich ruft sie an. Aufheellig voll. Wer hat denn da geparkt? So. Ich glaube, ich habe mich nicht mit dem Dill-Dill-Kladen. Was ist denn da? Er ist ein Dill-Dill-Dill-Dill. Was macht das hier nicht? WB! Das sieht auch ehrlich so weit her, oder? Ja, das war ein schnellerer Land nicht. Oh, gerade ein Auto. Wir gehts gut, wir gehts gut. Durch den, los. Komm mal, lass dir mal drauf. Oh, guter Junge. Komm schon mal hin. Ernsthaft. Hier ist auf jeden Fall was. Was sieht ihr erst einfach? Was sieht ihr erst einfach? Mist, doch mal los. Was macht das hier nicht? Das ist zu groß. Drei Minuten Sprit, finde ich. Wir sehen. Auto. Die Jungs war wohl an. Ich habe eine Wiese, lass mich. Größtenteils. Da fahr ich jetzt nicht hin, doch. 2.5. 2.5. Hast du meinen Führerschein? Nein, ich muss noch mehr lang. Querdienst. Also ein Terra zu Hause blieben lassen. Ich habe das schon mal bezahlt. Also. Schnell weiter. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich hätte, ich hätte das spät gesehen. Hatt es ja spät gesehen. Schnell. Schnell. Latsch. 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 Dann aus unserer Brücke. Da hinten ist Tor. Ich hole mir dann gleich mein Boot. Ich spüle nach hinten. Bühne werden nicht verfügbar. Ja. Die soll nicht verfügbar sein. Raa. Raa. Na hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So. So. Latsch. 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 Über die Brücke. Über die Brücke. Über die Brücke. Und rüber. Alles. Hallo. Nein. Wir hören nicht an, wenn wir jetzt vollständig haben. Ich habe ja vor, dass wir uns in die anderen Wellen, oder wie die jetzt auch noch mal hier ist, oder, dass wir die, die da vollständig haben, die dann mal an haben. So. Nein, das ist schwierig, näher. Ich meine, man an sich steht es ja eigentlich mit realistisch, sobald es eigentlich schwer verbrechen tut, wo alles wird es immer schwer. Aber schwer ist es vielleicht auch schon, schon schlecht. Sonst wahrscheinlich auch normal, ja, dass der sich spielt, also so. Aber was wir beim Leuchtturm sehen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss!